Das letzte Mal bei Dust. Das war schlecht, das war extrem schlecht. Und go! Herzlich Willkommen zurück zu Dust and Elijah's Tale. Ich habe gemerkt, dass es sehr, sehr viel weniger Lags gab im letzten Let's Play, sondern überhaupt keine. Deswegen werde ich jetzt weiter mit Hard Size aufnehmen und nicht mit Full Size, wie ich es vorher gemacht habe. Denn mein PC hält das Rekorden auf Full Size einfach nicht aus. Trotzdem frage ich mich, was macht diese Villa so tief unter der Erde? Das ergibt alles keinen Sinn. Wenn wir schon mal hier sind. Wo bist du, komische Pflanze, die explodiert hier? Ich habe schon 8 Pieces. Ausnahmsweise mal funktioniert. Ich habe schon 8 Pieces. Wenn ich mich erinnern könnte, wo diese Kiste war mit dem anderen Freund drin. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt spezielle Kisten, wo Videospielcharaktere aus anderen Spielen drin eingeschlossen sind. Und die kann man sich dann in so einer Art Ruhmeshalle angucken. Ich sage jetzt einfach mal. Und das finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und Da ist eine Tür zu mir hinter. Anscheinend muss ich jetzt erst 2 dieser Früchte holen gehen. Und ich hasse es, wenn ich so weit zurücklaufen muss. Das ist nicht schön. Oh cool. Wenn ich 2 von euch befange, dann kann ich es ja anständig aufteilen. Eine hier. Und eine bitte hier. Ah, hallo wieder. Anscheinend nur Mist, der niemanden interessiert. Okay, ich habe 16.000, was mache ich damit? Ich könnte mir Knochen kaufen. Verkaufsmalerisch. Nein, 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 nein. Dein Trend? Was? Ah, um ehrlich zu sein. Ich bräuchte vielleicht ein paar Sushis. Habe ich wenigstens schon mal ausgesorgt für den nächsten Endgegner. Hoffentlich. Ach, was haben wir denn noch so? Das brauche ich doch für 20, 2, was ist ein Geier. Wow, bloß 2 Regeneration, bloß 150 Verteidigung, plus 6 Glück. Ich will den haben. Ich brauche nur einen von diesen komischen Händler-Kriefern, da. Gib mir, ähm... Genau, da hast du 78 von. Jetzt gib mir... Gib mir das allerbeste Teil. Jawohl. Also fast das Doppelte an... An allem Möglichen dazubekommen. Was haben wir hier? Plus 50 Angriff. Was haben wir da mittlerweile? Plus 150? Plus 150 Angriff? Mal 1,3 Fidget. Fidget muss noch stärker werden. Ich brauche Knochen und, ähm... Das da. Aber leider hat der Typ nicht genug davon, deswegen... Ist das scheiße. Jutsch. Hat die komische Tussi mehr davon? Womöglich hat die Tussi mehr davon. Hast du irgendein Zeug, was du mir verkaufen kannst? Ach, verdammt. Okay. Dann wohl nicht. Scheiß drauf. Es geht weiter. Warte mal. Ich musste hier hin. Da ist die Flagge auf der Karte, also... Ich muss hier hin. Ich muss hier hin. Ich muss hier hin. Danke sehr. Und dann wird anwesend. Noch nicht du schon wieder. Alter, ohne Scheiß. Lass mich zufrieden. Verdammt, nochmal. Kein Bock, mit dir zu spielen. Verdammt. Hast du dir so gedacht, wa? Du kleiner dummer Drecksack. Äh... Bitte? Ich hätte zwar sehr gerne diesen Schatz, aber im Moment... Im Moment kann ich das überhaupt gar nicht gebrauchen. Ich weiß, ich bräuchte sie eigentlich nicht wegmachen, aber... Das sieht besser aus. Habe ich schon losgeworden? Ja. Wunderbar. Warte mal. Hier muss ich nicht wegmachen, aber... Hier muss ich gar nicht hin. Hier muss ich nur hin, um den Typen loszuwerden. WTF? Ich bin... Wirklich? WTF, wo kommst du auf einmal her? Äh... Als Meister Kayn heute morgen den Büro verliest, habe ich mich am Aufraum hinter mir... Eine Aufgabe. Aber ich sah einen Schreibtisch bedeckend Papier an. Beschrieben waren. Ich konnte den Namen unserer Nachbarn sehen. Die verschleppt worden waren. Und dann... Auch meinen eigenen Namen. Ich denke, ich schwebe in großer Gefahr. Aber ich... Hier endet die Notiz. Hm... Seht das Tagebuch. Ach so. Okay. Da gibt es Sinn, dass ich ein persönliches Tagebuch nicht lesen kann. Ja. So, wo bleiben die Grim Reaper? Ich warte drauf. So geil von wie her? So geil von wie her? Wo? So geil ist das? Ich bin mir egal, was es ist. Aber ich nehme es mit. Verdammt. Genau. Oh yeah! Schätze ohne Ende. Muhaha. Gib her. Moneten. Moneten ohne Ende. Zombie ohne Ende Wäre das jetzt wieder einer der noch mehr Ah ne ok Ich hab schon den stärksten an den es gibt Oh Du auch Es ist so schön dass das Spiel mal glücklich läuft Yes Ohne blöde kleine Legs immer zwischendrin Ich hatte gerade erst einen Bonus in Sachen Verteidigung also Gehe ich weiterhin auf Damage Dealer Oh das gefällt mir Ey So nicht die kleinen Viecher Warte Da oben ist irgendwas Na toll Wie zum geiler mache ich das jetzt So ok Damit haben wir schon Den dritten Von vier geschafft Ich würde mal sagen Das ist eine gute Gelegenheit hier mal wieder Einen Cut zu machen Ich bedanke mich dafür Dass ihr mal wieder eingeschaltet habt Zu Dust in Legion T Bis zum nächsten Mal Wünschen Fu Dust Und Fidget Aber ganz besonders Fidget Aber ganz besonders Fidget Drei